3. Voraussetzungen für eine neue Männlichkeit Der Mann muss nutzlos werden Solange man Männlichkeit mit Nützlichkeit gleichsetzt, werden richtige Männer immer solche sein, die sich nützlich machen. Die Einführung eines neuen Bewertungssystems für Männlichkeit würde daher voraussetzen, dass Männer für Frauen nicht nützlicher sind, als es umgekehrt der Fall ist. Erst wenn Ehe etwas anderes bedeutet, als dass der Mann für die Frau fast alles macht und die Frau für den Mann fast gar nichts, könnten Männer auf eine neue Art männlich werden. Auf eine Art, die mit ihrem Geschlecht und nicht wie bisher mit ihrer Verwertbarkeit zu tun hat. Wer also Männern eine weniger blamable Existenz oder sich selbst andere Männer wünschte, müsste am bisherigen sozialen Gefüge etwas ändern. Wie bereits gesagt, sollte man solche Änderungen weder gegen den Willen der Mächtigen noch gegen die Bedürfnisse der menschlichen Psyche durchsetzen wollen. Man müsste also bei der Suche nach einer brauchbaren Alternative zum einen berücksichtigen, dass unsere westliche Industriegesellschaft ein Matriarchat ist und zum anderen, dass Paare in Gemeinschaft leben und Kinder zeugen wollen. Reformbestrebungen, die weder die weibliche Macht noch das menschliche Bedürfnis nach dauerhaften Bindungen, Ehe, Familie berücksichtigen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Eine Lösung des bisher beschriebenen Problems müsste daher folgende Vorzüge haben. Erstens, sie müsste den Mann als ökonomischen Faktor für die Frau uninteressant machen, ohne jedoch das Wirtschaftsgefüge zu gefährden. Zweitens, es müsste sich um eine kollektive Maßnahme handeln. Männer, die ihre Situation in Einzelaktionen verändern wollen, vereinsamen rasch und machen sich daher bald wieder nützlich. Drittens, sie müsste nicht nur die Interessen der Männer, sondern auch die der Kinder und der älteren Menschen gegen die Frauen verteidigen. Man kann die Situation eines Schwachen nicht auf dem Rücken anderer Schwacher lösen. Viertens, sie müsste die Beibehaltung geschlechtstypischer Verhaltensweisen garantieren. Ohne männliches und weibliches Rollenverhalten wäre den meisten Menschen die Welt zu langweilig. Fünftens, sie müsste den Frauen gefallen. Der für sie vorgesehene Status müsste ihnen zumindest gleichwertig erscheinen. Eine Lösung, die diese Voraussetzungen erfüllen würde, wäre eine allgemeine Arbeitszeitkürzung auf 5 Stunden täglich. Einführung der 25-Stunden-Woche, begleitet von folgenden Maßnahmen. A. Gehaltskürzung, die der Kürzung der Arbeitszeit entspricht. B. Erhöhung der Sozialabgaben. C. Schülergehalt, das unabhängig vom Einkommen der Eltern und Verwandten alle materiellen Grundbedürfnisse derer deckt, die sich auf einen Beruf vorbereiten. Davon betroffen wären Kleinkinder, Schüler, Studenten, Lehrlinge und alle, die ihren Beruf wechseln wollen. D. Einjähriger Urlaub für Mutter oder Vater nach der Geburt eines Kindes, Sonderurlaub bei Erkrankung eines Kindes. E. Abschaffung von Kinderkrippen, Horten und Ganztagsschulen zugunsten von 5-Stunden-Kindergärten für Kinder ab einem Jahr und 5-Stunden-Unterricht in sämtlichen Schulen und Universitäten. F. Abschaffung des Pensionierungszwangs zugunsten selbstgewählter Pensionsgrenzen. G. Abschaffung des Rechts auf gleichwertige Arbeit zugunsten eines Rechts auf Umschulung. H. Verbot von Überstunden Durch dieses Modell wäre die wichtigste Voraussetzung für eine neue Männlichkeit gegeben, denn wie wir noch sehen werden, würden nach einer solchen Reform auch die Frauen arbeiten. Und sobald sie das täten, würden sie ihre Partner nach ganz anderen Gesichtspunkten auswählen als heute. Sie würden sie nicht mehr nach ihrer Nützlichkeit beurteilen, sondern nach ihrer Eignung für die Liebe. Doch prüfen wir zunächst die wirtschaftliche Realisierbarkeit all dieser Vorschläge, denn davon hängt alles weitere ab. Das Arbeitskräftepotenzial hat sich verdoppelt. Voraussetzung für jede Arbeitszeitkürzung ist die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität. Alle historischen Arbeitszeitkürzungen waren daher stets mehr die Folge ökonomischen Kalküls als humanitärer Überlegungen. Ein Faktor blieb dabei praktisch konstant, das Arbeitskräftepotenzial. Denn man konnte eigentlich nur mit der einen Hälfte der Erwachsenenbevölkerung rechnen, den Männern. Die Frauen waren häufig schwanger, mussten lange stillen, hatten viele Kinder und mussten einen komplizierten Haushalt versorgen. Arbeitszeitkürzungen waren daher entweder durch den Einsatz von Maschinen oder durch die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte erreichbar. Wenn man Männer, wo immer möglich, durch Automaten ersetzte und ihnen außerdem längere Erholungspausen einräumte, verbrauchten sie sich langsamer. Ihre Gesamtleistung blieb dabei jedoch konstant oder konnte sogar gesteigert werden. Das Wirtschaftsgefüge blieb intakt. Seit der Erfindung der künstlichen Muttermilch, seit der Geburtenregelung durch Pille- und Schwangerschaftsabbruch und seit der Teilautomatisierung der Hausarbeit befinden wir uns jedoch in einem neuen Zeitalter. Es gibt doppelt so viele Arbeitskräfte wie früher, denn auch Frauen können jetzt arbeiten. Dadurch ergeben sich für die Volkswirtschaft drei neue Möglichkeiten. Weshalb die erste Alternative utopisch ist, wurde bereits erörtert. Die zweite ist bereits verwirklicht, ihr und der Automatisierung verdanken wir die 40- bzw. 45-Stunden-Woche und die Verlängerung des Jahresurlaubs. Die dritte und wirklich sensationelle Möglichkeit jedoch drastischer Arbeitszeitkürzung durch paritätische Beteiligung beider Geschlechter am Arbeitsprozess wird bisher nicht einmal ernsthaft diskutiert. Dabei wäre sie in hochindustrialisierten Ländern seit mindestens zehn Jahren zu verwirklichen. Doch offenbar wagt niemand aus der Verdoppelung des Arbeitskräftepotenzials, der wohl größten sozialen Veränderung unserer Geschichte, die praktischen Konsequenzen zu ziehen. Das 5-Stunden-Modell ist realistisch. Gehen wir bei unseren Berechnungen einfachheitshalber davon aus, dass die westlichen Industrieländer mit ihrer wirtschaftlichen Leistung zufrieden sind. Gehen wir weiter davon aus, dass in diesen Ländern Vollbeschäftigung herrscht, dass also die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden den Bedarf der Wirtschaft deckt und dass die Zahl der Arbeitslosen zu den offenen Stellen in der gewünschten Relation steht. Das entspricht natürlich nicht der Wirklichkeit, denn in jedem Land gibt es Rezession und Hochkonjunktur, Phasen der Arbeitslosigkeit und der Überbeschäftigung. Doch für unsere Kalkulation sind diese volkswirtschaftlichen Aspekte zumindest im Augenblick nicht von Belang. Bedingung für die hier vorgeschlagene Reform wäre die Erhaltung des wirtschaftlichen Status Quo des Landes, in dem sie durchgeführt wird. Denn obwohl es sich um eine Arbeitszeitkürzung aus humanitären Überlegungen handelt, darf das Funktionieren der Wirtschaft nicht zur Diskussion stehen. Reformen, die die Erhaltung bzw. Steigerung der wirtschaftlichen Leistung eines Landes nicht als eine ihrer wichtigsten Grundbedingungen ansehen, gehen letzten Endes immer zu Lasten jener, deren Lage sie ursprünglich verbessern sollten. Die Frage lautet daher, um wie viel ließe sich die Arbeitszeit in Industriestaaten reduzieren bzw. wie ließen sich die Lebensbedingungen ihrer Bewohner humanisieren, ohne dass durch eine solche Maßnahme die Wirtschaft gefährdet würde? Stützen wir uns bei unserer Kalkulation auf Daten aus jenen westlichen Industrieländern USA, Kanada, Australien, Westdeutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweiz. In denen die 40-Stunden-Woche mehr oder weniger verwirklich ist und in denen etwa jede zweite erwerbsfähige Frau bereits einen Beruf ausübt. Wenn nun in diesen Ländern statt jeder zweiten alle erwerbsfähigen Frauen arbeiten würden und damit nicht nur ein Drittel, sondern die Hälfte der aktiven Erwerbspersonen weiblichen Geschlechts wären, so würde sich die Gesamtzahl der aktiven Arbeitskräfte um ein Drittel erhöhen und in der Folge die Gesamtzahl der vom einzelnen Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden um ein Viertel reduzieren. Wenn man in diesen Ländern also heute acht Stunden am Tag arbeiten muss, so müsste man nach einer optimalen Ausschöpfung des weiblichen Arbeitskräftepotenzials nur noch sechs Stunden am Tag arbeiten. Diese Zahl ist natürlich ungenau und außerdem zu optimistisch. Sie berücksichtigt nicht, dass in den angeführten Ländern von den berufstätigen Frauen etwa ein Drittel nur stundenweise arbeitet. Sie berücksichtigt nicht, dass in den meisten dieser Länder Frauen durchschnittlich zwei bis fünf Jahre früher pensioniert werden als Männer. Sie berücksichtigt nicht, die ein bis drei Jahre, die Männer wegen ihres Wehrdienstes als Arbeitskräfte ausfallen. Sie berücksichtigt nicht die Branchen, in denen die 40-Stunden-Woche noch in den Bereich der Utopie gehört, freiberufliche oder Landwirte. Sie berücksichtigt nicht die Überstunden und die Schwarzarbeit der Männer. Sie berücksichtigt nicht die Dunkelziffer der nur aus steuerlichen Gründen in Familienbetrieben als erwerbstätig deklarierten Frauen und nicht die der aus den gleichen Gründen in Privathaushalten nicht deklarierten Zug-Ehefrauen. Wenn man all diese Daten, soweit sie in den Statistiken der diversen Länder in Erscheinung treten, in die Kalkulation einbezieht, so kommt man auf eine durchschnittliche tägliche Arbeitszeit, die über sechs Stunden liegt. Zur Debatte steht hier jedoch nicht der Sechs- oder Sieben-, sondern der Fünf-Stunden-Tag. Dieser wäre möglich, weil eine drastische Herabsetzung des täglichen Arbeitspensums Auswirkungen auf Quantität und Qualität der Leistung hätte, die mit Sicherheit weitere Arbeitszeitkürzungen erlauben würde. 1. Steigerung der Quantität der Arbeitsleistung A. Weniger Arbeitsausfall durch Krankheit Sowohl die echten als auch die vorgetäuschten Erkrankungen würden zurückgehen. Durch längere Erholungspausen blieben Arbeitnehmer gesünder. Durch eine Verkürzung der Arbeitszeit würden sie eventuell sogar lieber arbeiten und sich daher seltener krank melden. B. Weniger Arbeitsausfall durch Pensionierung Der Acht-Stunden-Tag ist für die meisten älteren Menschen zu anstrengend. Bei fünf Stunden Arbeitszeit würden viele von ihnen praktisch bis an ihr Lebensende arbeiten wollen, denn sie würden sich dadurch als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft fühlen. Die vorgeschlagene Reform würde also nicht nur das weibliche Arbeitskräftepotenzial mobilisieren, sondern auch die Rentner. Welche positiven Folgen eine Einführung selbstgewählter Pensionsgrenzen für die Altenfürsorge hätte, wird in einem späteren Kapitel erläutert. C. Weniger Arbeitsausfall durch frühzeitigen Tod Durch eine Verminderung des Leistungsdrucks käme es bei Männern zu einer Erhöhung der Lebenserwartung, die sich früher oder später der weiblichen anpassen würde, die sich ihrerseits nur leicht oder gar nicht verringern würde. 2. Steigerung der Qualität der Arbeitsleistung A. Da die Qualität der Arbeit bei ausgeruhten Menschen entsprechend größer ist, würde sich durch größere Erholungspausen die Effektivität der Arbeit, das Arbeitsangebot, gleich Angebot von Arbeitsstunden pro Zeiteinheit, erheblich verbessern. Gerade das war ja stets das wichtigste Argument für die bisherigen Arbeitszeitkürzungen. Das Leistungstief nach der Mittagspause würde ebenso entfallen wie das der letzten Stunden. b. Die Qualität der weiblichen Arbeitsleistung würde sich der männlichen anpassen, denn Frauen würden ehrgeiziger werden und sich stärker als bisher am Wettbewerb beteiligen. Da sie ihr Leben lang arbeiten müssten, würde sich ein beruflicher Aufstieg für Frauen genauso lohnen wie für Männer. Diese Erhöhung des weiblichen Arbeitsangebots käme wiederum der Gesamtwirtschaft zugute. Nur in Zusammenarbeit mit Volkswirtschaftlern, Rationalisierungstechnikern, Soziologen und Verhaltensforschern ließe sich exakt berechnen, wie stark sich die genannten Faktoren auf die Arbeitsleistung auswirken würden und wie viel Arbeitszeit sich dadurch zusätzlich einsparen ließe. Bereits nach einer ersten vorläufigen Kalkulation darf man aber sagen, dass der 5-Stunden-Arbeitstag im Bereich des Möglichen liegt und dass die Voraussetzungen für die hier vorgeschlagene Reform durchaus realistisch sind. Noch günstiger sieht die Situation aus, wenn man der Berechnung nicht die Arbeitszeit, sondern die Zeit der Abwesenheit von zu Hause zugrunde legt. Die meisten Berufstätigen haben eine Mittagspause von 1-2 Stunden, sind also, wenn man von einer Stunde Arbeitsweg ausgeht, durchschnittlich 10-11 Stunden von ihren Familien getrennt. Bei dem vorgeschlagenen Modell entfiele die Mittagspause. Erholungspausen von 15-30 Minuten würden bei einer 5-stundigen Arbeitszeit genügen, bei leichteren Tätigkeiten könnte man eventuell ganz darauf verzichten. Der Arbeitnehmer wäre also mit Pausen und Arbeitsweg durchschnittlich nur 6-6,5 Stunden statt 10-11 Stunden von zu Hause fort. Das heißt, er gewendet durch den 5-Stunden-Rhythmus praktisch einen halben Tag. Ein anderer als der 5-Stunden-Rhythmus, z.B. ein Wochen-, Monats- oder Jahresrhythmus, 3 Tage Arbeit, 4 Tage Freizeit, 7 Monate Arbeit, 5 Monate Freizeit etc. wäre mit Ausnahme jener Berufe, die eine größere Entfernung vom Wohnort mit sich bringen, Flug-, Schifffahrt- und Bahnpersonal, Fernfahrer oder Vertreter, aus folgenden Gründen nicht empfehlenswert. 1. Alle eben erwähnten Vorteile, die die Arbeitszeit von 6 auf 5 Stunden schrumpfen ließen, müssten dadurch entfallen. 2. Und weil dann keiner allein für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich wäre, entstünde ein wirtschaftliches Chaos, denn der für eine florierende Wirtschaft unerlässliche Wettbewerb zwischen den Arbeitnehmern wäre gestört. 3. Kinder wären etwa 3 Tage in Anstalten, 4 Tage bei ihren Eltern, bzw. 7 Monate in Anstalten und 5 Monate bei ihren Eltern. Erwiesenermaßen brauchen Kinder jedoch eine gewisse Regelmäßigkeit und Kontinuität hinsichtlich der Bezugspersonen, wenn sie sich optimal entwickeln sollen. Zudem wären Horte und Schulen, die für ganztägige Kinderbetreuung eingerichtet sein müssten, obwohl sie nur zeitweise gebraucht würden, wirtschaftlich nicht rentabel. 4. Praktisch alle erwachsenen Männer werden von ihren Müttern und ihrer Religion zu Masochisten erzogen. Sie müssen erst etwas leisten, bevor sie sich vergnügen können. Sie wollen sich Genüsse verdienen und sie wollen dafür büßen müssen. Man kann Reformen nicht gegen die Bedürfnisse der menschlichen Psyche durchführen. Männer brauchen den Rhythmus von Leistung und Entspannung. Lange Erholungspausen an einem Stück führen bei ihnen zu emotionalen Störungen, wie man in Zeiten von Arbeitslosigkeit sehen kann. Mag sein, dass sich diese Erziehungsschäden eines Tages überwinden ließen. Bis es soweit wäre, müsste man sie bei eventuellen Reformen berücksichtigen. Ganz ohne Schichtarbeit geht es nicht. Die wichtigste Voraussetzung für jede soziale Reform wurde gesagt, sei die Erhaltung bzw. Steigerung der wirtschaftlichen Leistung des Landes, in dem sie durchgeführt werden soll. Das stellt uns vor folgendes Problem. Der Fünf-Stunden-Tag ist zwar möglich, unmöglich ist jedoch, dass alle Arbeitnehmer ihr Fünf-Stunden-Pensum im gleichen Zeitraum absolvieren. Denn ohne ein gewisses Maß an Schichtarbeit wären die wirtschaftlichen Folgen einer drastischen Arbeitszeitkürzung katastrophal. Die Gründe sind folgende. Erstens, um Schichtarbeit zu vermeiden, müsste man bei Erhöhung der Zahl der Arbeitnehmer auch die Zahl der Arbeitsplätze erhöhen. Dies ist jedoch nur bei relativ billigen Arbeitsplätzen möglich, etwa in Büros. Teure Arbeitsplätze kann man nicht ohne weiteres beliebig vermehren. Hier ist es eher ratsam, die absolute Zahl zu verringern und mehr Arbeitnehmer an einem Arbeitsplatz zu beschäftigen. In den Fabriken, im Transportwesen, in den Rechenzentren usw. geht es also nicht ohne Schichtarbeit. Zweitens, was produziert wird, dient letzten Endes immer dem Konsum. Wenn teure Arbeitsplätze Schichtarbeit bedingen, sind Konsumenten auch nur in Schichten konsumbereit. Das und die Tatsache, dass ja jeder nur in seiner Freizeit einkaufen kann und sich in ihr vergnügen können muss, hat zur Folge, dass auch an Arbeitsplätzen, die der Konsumförderung dienen, Einzelhandel, Unterhaltung, Hotel- und Gaststättenbewerbe, Schichtarbeit notwendig ist, obwohl es sich hier meist um billige Arbeitsplätze handelt. Drittens, sowohl menschliche als auch sachliche Produktionsfaktoren können durch Abnutzung oder äußere Einwirkung in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Wartung und Schutz von Produktionsfaktoren bedingen ebenfalls Schichtarbeit. Hospitäler, Polizei, technische Bereitschaftsdienste. Mit anderen Worten, nach der Einführung des 5-Stunden-Rhythmus gäbe es mehr doppelt, dreifach oder vierfach belegte Arbeitsplätze als bisher. Doch dort, wo die negativen Folgen zu groß wären, wenn eine Aufgabe in der Hand mehrerer Personen läge, weil dann das Element der persönlichen Verantwortung unter Umständen ausgeschaltet ist, könnten Arbeitsplätze nach wie vor einfach belegt werden. Denn diese Aufgaben werden zum Glück an den billigsten Arbeitsplätzen erledigt. Das Produktionskapital ist dabei hauptsächlich das menschliche Gehirn. An den teuren Arbeitsplätzen hingegen wird der Arbeitsrhythmus weitgehend durch das Vorgegeben, was sie verteuert, das heißt durch die Maschinen. Eigeninitiative ist hier also relativ unwichtig. Durch mehr Schichtarbeit könnte das Leistungspotenzial teurer Maschinen noch besser als bisher ausgeschöpft werden. Und da es sich dabei um 5-Stunden-Schichten handeln würde, wäre die Situation der neuen Schichtarbeiter mit der der jetzigen überhaupt nicht zu vergleichen. Es gäbe also nach der vorgeschlagenen Reform einfach und mehrfach belegte Arbeitsplätze und es gäbe nach wie vor eine gewisse Zahl von Arbeitsplätzen mit unregelmäßiger oder selbstgewählter Arbeitszeit. Befassen wir uns kurz mit den wichtigsten Kriterien dieses Schemas. 1. Einfach belegte Arbeitsplätze, Büros Wirtschaft bedeutet Planung, Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern. Sie funktioniert dank des Einsatzes von Arbeitskräften, Rohstoffen, Maschinen und Kapital. Der Einsatz dieser Faktoren muss auf jeder Ebene organisiert, kalkuliert, koordiniert und verwaltet werden und diese Arbeit geschieht in Büros. Büroarbeitsplätze sind billig, denn man benötigt für sie nur ein Minimum an technischem Aufwand. Meist genügend Telefonschreib- oder Rechenmaschine. Diese Tatsache, dass man Büroarbeitsplätze ohne Gefahr für die Wirtschaft 19 Stunden am Tag ungenutzt lassen könnte, bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Herabsetzung der Arbeitszeit. Denn Büroarbeitsplätze können nicht nur, sie müssen auch einfach belegt werden, wenn die Wirtschaft funktionieren soll. Büroarbeit besteht aus der Erstellung und Übermittlung von Daten, aus Denken und Gedankenaustausch, aus Reflexion und Kommunikation. Würde man Schreibtischplätze doppelt belegen und zum Beispiel die eine Hälfte der Angestellten vormittags und die andere nachmittags arbeiten lassen, so wäre zwar die Erstellung von Daten noch möglich, aber nicht deren Übermittlung. Der Kollege in der anderen Abteilung, in der anderen Firma im zuständigen Amt oder Ministerium, dem man eine Information geben will oder von dem man sie erwartet, wäre in vielen Fällen nicht direkt erreichbar. Planung und Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern könnte so nur mit viel Zeitaufwand und hohen Kosten koordiniert werden. Es käme zu Organisationsmängeln und letzten Endes zum Chaos. Die Wirtschaft eines Landes funktioniert deshalb nur dann optimal, wenn alle Personen, die an der Erstellung und Verwaltung von Daten beteiligt sind, immer füreinander erreichbar sind, das heißt, wenn organisatorische Aufgaben innerhalb des gleichen Zeitraums erledigt werden. Die Umstellung auf den 5-Stunden-Rhythmus würde somit die Einführung der gemeinsamen Arbeitszeit für alle Büroangestellten voraussetzen. Doch das ist nur eine Bedingung. Eine weitere wäre die Erhöhung der Zahl der Arbeitskräfte. Wenn Büroangestellte in Zukunft nur 5 statt bisher 8 Stunden arbeiten sollen, muss man ihre Zahl um etwa ein Drittel erhöhen. Nun braucht aber ein Büroangestellter auch, wenn sein Arbeitsplatz noch so billig ist, zumindest einen Schreibtisch und ein paar Quadratmeter Raum. Falls sich also die Zahl der Büroangestellten um ein Drittel erhöhte, müssten sich also die Kosten für Büroräume um ein Drittel erhöhen. Doch diese Kalkulation ist nicht ganz exakt, denn es werden dabei Kosteneinsparungen übersehen, die sich in folgenden Bereichen ergeben würden. Kantinen Bei einem 5-Stunden-Tag wären weder Kantinen noch Küchen noch Aufenthaltsräume für das Personal notwendig, denn man würde nicht mehr in der Firma leben. Ebenfalls könnten Küchen- und Kantinenpersonal eingespart werden, sowie die in vielen Firmen üblichen Zuschüsse zum Kantinenessen. Bürofläche Man könnte mehr als bisher in den bedeutend wirtschaftlicheren Großraumbüros arbeiten. Produktionskosten In Betrieben, die Verwaltung und Produktion umfassen, in den meisten also, könnten Mehrkosten in der Verwaltung bis zu einem gewissen Grad durch die Senkung der Produktionskosten aufgefangen werden, die sich aus der besseren Ausschöpfung der sachlichen Produktionsmittel ergäbe, zum Beispiel durch 2x5 statt 1x8 Stunden Nutzungszeit bei kostspieligen Maschinen und Apparaturen. Rationalisierung Nach Meinung von Rationalisierungsfachleuten wird die Leistungsfähigkeit der Büroangestellten nur zu etwa 60% ausgenutzt. Vor allem in der Sparte Textverarbeitung könnte durch Einsparungen von Vorzimmern zugunsten zentraler Schreib- und Basisdienste erheblich rationalisiert werden. Mit anderen Worten, weder die Einführung einer Fixarbeitszeit für Büroangestellte noch eine Erhöhung der Schreibtischplätze wäre ein wirkliches Hindernis für eine drastische Arbeitszeitkürzung in der Verwaltung. Damit wäre die Grundbedingung für alle weiteren Arbeitszeitkürzungen erfüllt. 2. Mehrfach belegte Arbeitsplätze Fabriken, Läden, Dienstleistungsbetriebe Schichtarbeit ist überall dort möglich, wo Arbeiten erledigt werden müssen, bei denen wenig oder keine Verständigung zwischen den Personen notwendig ist, die sich einen Arbeitsplatz teilen. Es handelt sich dabei um Arbeiten, die entweder die Herstellung oder den Vertrieb von Konsumgütern betreffen um Fabriken und Läden also oder um Dienstleistungen. Wie viele Schichten an einem bestimmten Arbeitsplatz notwendig sind, hängt in Fabriken von den Rohstoffen und Maschinen ab, mit denen gearbeitet wird und in Läden und Dienstleistungsbetrieben von den Bedürfnissen der Kunden. Die neue Schichtarbeit wäre jedoch mit der heutigen nicht zu vergleichen. Die 8-Stunden-Schicht bedingt mit Erholungspausen und Arbeitsweg eine 10- bis 11-stündige Abwesenheit von zu Hause. Sie ist als Nachtschicht auf die Dauer gesundheitsschädlich und macht daher periodische Umstellungen notwendig. Sie drängt den Schichtarbeiter in die Rolle des gesellschaftlichen Außenseiters, eines Menschen, der schläft, wenn die anderen wach sind, ohne ihn deshalb wie etwa den Künstler mit der Gloriole des Individualisten zu umgeben. Bei einer 5-Stunden-Schicht müsste es keine Nachtarbeiter mehr geben, sondern nur noch Leute, die sehr spät ins Bett kommen und andere, die sehr früh aufstehen. Da solche Schichten nicht gesundheitsschädlich wären, wären periodische Umstellungen hier überflüssig, denn man könnte einen Rhythmus so lange beibehalten, wie man wollte. Und da die Abwesenheit vom Wohnort entsprechend kürzer wäre, müsste man auch bei relativ ungünstig gelegenen Schichten nicht an Verwandten und Bekannten vorbeileben. Die häufigsten Schichten wären jedoch beim 5-Stunden-Modell ohnehin Tagesschichten, Doppelschichten, bei denen der eine Arbeitnehmer vormittags und der andere nachmittags am gleichen Arbeitsplatz die gleiche Arbeit verrichtet. Es wäre jedoch unvermeidlich, manche Arbeitsplätze mit drei oder sogar vier Schichten zu belegen. Um die Kontinuität zu gewährleisten, wäre auch eine kleine Anzahl von Leuten notwendig, die ihre Arbeitszeit teils in der vorhergehenden und teils in der folgenden Schicht absolvieren, um etwa bei technischen Problemen oder Personalfragen zu beraten. Und es gäbe an stark mechanisierten Arbeitsplätzen nach wie vor den Springer, der seine Kollegen während der Erholungspausen ersetzt. Doppelschichten wären in verschiedenen Bereichen notwendig. In Fabriken. Wenn eine Maschine länger als 5, jedoch nicht länger als 10 Stunden ausgenutzt werden soll oder wenn Rohstoffe von begrenzter Haltbarkeit verarbeitet werden. In Läden. Hier bräuchte man eine Vormittagsschicht für Nachmittagsarbeiter und eine Nachmittagsschicht für Vormittagsarbeiter. Da auf diese Weise jeder genug Zeit zum Einkaufen hätte, wäre auch die leidige Debatte um Ladenöffnungszeiten beigelegt. Im Prinzip könnten Läden am Wochenende geschlossen bleiben. Es wäre jedoch ratsam, eine der Nachmittagsschichten zugunsten einer Samstagsschicht ausfallen zu lassen, damit Leute, die in verschiedenen Schichten arbeiten, einmal in der Woche Gelegenheit zum gemeinsamen Einkauf hätten. Inhaber von Kleinstläden könnten sich auf Wunsch für Öffnung am Vormittag oder Nachmittag entscheiden. In Banken. Die Hauptarbeit könnte vormittags erledigt werden. Nachmittags wäre nur ein begrenzter Schalterdienst für Privatkonten notwendig. In vielen Ländern haben Banken ohnehin nur halbtags geöffnet. In Universitäten. Wo Studienplätze zu teuer sind, um sie einen halben Tag ungenutzt stehen zu lassen oder wo bei Studienplatzmangel eine Erweiterung der Kapazitäten gewünscht wird, könnten auch Universitäten in Doppelschichten fahren. Der jeweilige Lehrstuhlinhaber bekäme dann einen Zwilling. In der Post. Schalterdienste müssten in Doppelschichten arbeiten. Der reguläre Zustelldienst in einfachen Schichten, die übrigen je nach Funktion in Doppel-, Dreier- oder Viererschichten. Doppelschichten wären außerdem notwendig in Werkstätten, Restaurants, Bibliotheken, Kinos usw. Bei Dienstleistungen, die man normalerweise selten in Anspruch nimmt, wäre es ökonomischer, statt der Doppelschicht beim einfach belegten Arbeitsplatz zu bleiben und Berufstätigen etwa für den Gang zur Behörde, wie bisher die notwendige Freizeit zur Verfügung zu stellen. Dreier-Schichten wären notwendig in Fabriken, bei teuren Maschinen, verderblicher Ware, in der Hochkonjunktur und im Personen- und Güternahverkehr, sowie in Hotel- und Gaststättenbetrieben usw. Viererschichten wären notwendig in Fabriken, wenn es rentabler ist, eine Maschine 24 Stunden arbeiten zu lassen oder wenn ein Arbeitsprozess nicht unterbrochen werden darf, wie etwa in der chemischen Industrie oder in der Eisen- und Stahlerzeugung. Ebenso in Krankenhäusern, bei Sicherheits- und Bereitschaftsdiensten usw. Da der Tag 24 Stunden hat, müssten vierer Schichten sechs Stunden Schichten mit einer Stunde Erholungspause sein, die durch Springer überbrückt wird. Es wären jedoch auch Fünfer Schichten denkbar. Die unbeliebteste Schicht könnte dann bei gleicher Bezahlung eine Stunde weniger dauern. 3. Arbeitsplätze mit unregelmäßiger Arbeitszeit, Wanderjobs oder Saisonarbeiter. Tätigkeiten, die eine größere Entfernung vom Wohnort mit sich bringen, könnten dem 5-Stunden-Modell nicht angepasst werden. Dazu gehört zum Beispiel die Arbeit von Flugzeug, Schiffs und Zusatzbesatzungen, die des Fernfahrers, Vertreters usw. Ebenso wenig lässt sich die Arbeitszeit von stark saisonbestimmten Berufszweigen wie etwa die des Landarbeiters in ein Fünf-Stunden-Schema zwängen. Hier lässt sich die Arbeitszeitkürzung nur über den Umweg Urlaubsverlängerung verwirklichen. 4. Arbeitsplätze mit selbstgewählter Arbeitszeit, Selbstständige. Anwälte und Ärzte mit eigener Praxis, Landwirte mit eigenem Hof, Politiker, freischaffende Künstler usw. sind in der Lage, ihre Arbeitszeit weitgehend selbst zu bestimmen. Wenn sie finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, könnten die meisten von ihnen die Stunden ihrer Berufstätigkeit selbstständig reduzieren. Schwierig ist dies lediglich beim praktischen Arzt, beim Bauern und beim Politiker, denn hier wird der Arbeitsrhythmus weitgehend von unvorhersehbaren Faktoren wie Unfällen, Krankheiten, Wetter, Ernte oder Tagesereignissen bestimmt. Für sie gäbe es nur die Möglichkeit, entweder auf die eigene Freiheit zu verzichten und sich gemeinsam mit anderen Freien in Abhängigkeit zu begeben, Gemeinschaftspraxen, Genossenschaften, eventuell Berufswechsel oder sie beizubehalten und mehr zu arbeiten als die anderen. Da es sich um freie Menschen handelt, könnte ihnen diese Entscheidung niemand abnehmen. Nun wird man hier einwenden, dass viele der Freiberuflichen, etwa Schriftsteller, Dichter, Maler, Bildhauer, Komponisten, selbst bei einer Arbeitszeit von 16 Stunden oft nicht das Existenzminimum verdienen und dass es zynisch sei, in diesem Zusammenhang von freiwilliger Arbeitszeitreduzierung zu sprechen. Dem wäre entgegenzuhalten, dass die Tätigkeit aller dieser Leute im Grunde überhaupt keine Arbeit ist, sondern eine mehr oder weniger eigenwillige Art, sich zu amüsieren. In der jetzigen Situation bleibt einem Künstler jedoch meist nur die Wahl, entweder für seine Amüsements zu hungern oder auf sie zu verzichten, das heißt zu arbeiten und nicht mehr zu hungern. Dieses System ist unzumutbar, denn viele Menschen haben tatsächlich einen starken Drang, sich auf eine ganz bestimmte Weise zu beschäftigen. Ein lebenslanger Verzicht führt bei ihnen zu schweren psychischen Störungen. Beim 5-Stunden-Modell würde es weder arme noch frustrierte Künstler geben. Jeder Mensch könnte arbeiten und hätte dennoch genug Zeit, das zu tun, womit er sich am besten unterhält, zum Beispiel schreiben, malen, musizieren, schauspielen. Sobald seine Amüsements auch andere so sehr amüsieren, dass sie ihn dafür bezahlen, kann er die eigentliche Arbeit an den Nagel hängen und sich nur noch seinen Vergnügungen widmen. Man müsste Künstler weder subventionieren, noch müsste man sie bemitleiden. Und man hätte endlich das, was viele sich so sehr wünschen, einen objektiven Maßstab für Kunst. Denn Kunst wäre mehr als nur das Produkt der Fantasie eines Menschen, immer dann, wenn sie einen anderen so stark interessiert, dass er dafür bezahlt. Je mehr Leute für ein Fantasieprodukt bezahlen oder je größer die Summen sind, die sie dafür anlegen, desto wertvoller wäre die Kunst und desto größer der Künstler. Da beim Fünf-Stunden-Modell nicht nur eine Elite, sondern alle Menschen Gelegenheit zum Konsum und zur Produktion von Kunst hätten, wäre die Konkurrenz enorm, das Publikum sachverständig und das künstlerische Angebot so vielfältig, wie man es sich nur wünschen kann. Kindergefängnisse überflüssig Einer der größten Vorteile des Fünf-Stunden-Rhythmus läge zweifellos darin, dass man mit den Vätern auch die Kinder aus der Haft entlassen könnte, vorausgesetzt natürlich, die Mütter wären damit einverstanden. In vielen westlichen und östlichen Staaten sind selbst schon die kleinsten täglich acht bis neun Stunden in der Schule. Und in den wenigen Ländern, in denen Kinder noch einigermaßen frei herumlaufen, fordern Frauen recht klar immer energischer die Ganztagsschule und den Kinderhort, damit die Mütter sich verwirklichen können. Soweit Erwachsene nicht länger als fünf Stunden in ihren Büros und Fabriken sein müssen, gäbe es jedoch keinen Grund mehr, Kinder länger als fünf Stunden in ihre Kindergärten und Schulen zu sperren. Aus folgender Überlegung heraus sollte dies am besten vormittags geschehen. Die meisten Menschen geben an, lieber vormittags als nachmittags zu arbeiten und morgens am liebsten gegen sieben Uhr aufzustehen. Es liegt nahe bei einer Neuregelung der Arbeitszeit diese Bedürfnisse zu respektieren und möglichst vielen Leuten Gelegenheit zu geben, ihrem biologischen Rhythmus zu folgen. Es würde sich daher empfehlen, für die Mehrheit der Arbeitnehmer, das heißt für praktisch alle Büroangestellten, sowie für 50 Prozent der in Doppelschichten, 33 Prozent der in Dreierschichten und 25 Prozent der in Viererschichten Beschäftigten, den Vormittag als Arbeitszeit zu wählen, und zwar etwa die Stunden zwischen 8 und 13 Uhr. Damit es in Ballungszentren nicht zum Verkehrschaos kommt, wären hier Zeitverschiebungen empfehlenswert. Daraus ergäbe sich als logische Folge der Vormittagstonus für Schulen. Wenn die meisten Erwachsenen zwischen 8 und 13 Uhr arbeiten, ist es empfehlenswert, für den Aufenthalt in Kindergärten und Schulen den gleichen Zeitraum vorzusehen. Auf diese Weise wären Kinder entweder unter der Obhut ihrer Lehrer oder ihrer Eltern, das heißt, sie wären immer behütet, ohne deshalb allzu lang eingesperrt zu sein. Auch Lehrkräfte hätten demnach eine Arbeitszeit von 8 bis 13 Uhr, was das Heer der Vormittagsbeschäftigten weiter vergrößern würde. Für Kindergärtner ergeben sich notwendigerweise Tonusverschiebungen. Manche müssten früher anfangen, andere später aufhören, denn Eltern sollten Gelegenheit haben, ihre Kleinkinder vor Beginn und nach Beendigung ihrer eigenen Arbeit in die Kindergärten zu bringen, beziehungsweise dort abzuholen. Dies wäre leicht zu verwirklichen, denn falls Kindergärtner selbst Kleinkinder zu versorgen haben, sind diese ja während der Arbeitszeit bei ihnen. Aus all dem ergibt sich, dass man Müttern und Vätern minderjähriger Kinder ein Arbeitszeitwahlrecht vor anderen Arbeitnehmern einräumen müsste, das heißt, man müsste ihnen die Möglichkeit geben, auf Wunsch dann zu arbeiten, wenn ihre Kinder in der Schule sind. Dies würde nicht nur bedeuten, dass Kinder immer beschützt wären, dass es keine Schlüsselkinder mehr gäbe, sondern auch, dass Familien ihre Freizeit weitgehend gemeinsam verbringen könnten. Wo dies nicht erwünscht ist, weil zum Beispiel Ehepartner sich lieber aus dem Weg gehen oder wo es nicht möglich ist, weil etwa einer der Erwachsenen einen Beruf mit unregelmäßiger Arbeitszeit ausübt, wäre zumindest ein Elternteil zu Hause. Arbeitszeitwahlrecht für Eltern würde demnach bedeuten, dass an mehrfach belegten Arbeitsplätzen in Fabriken, Läden und Dienstleistungsbetrieben vormittags hauptsächlich Arbeitnehmer mit jüngeren Kindern und nachmittags hauptsächlich Kinderlose oder Leute mit erwachsenen Kindern anzutreffen wären. Vormittagsbeschäftigte wären also, sofern sie nicht in Büros oder an Arbeitsplätzen mit selbstgewählter oder unregelmäßiger Arbeitszeit tätig sind, häufig zwischen 25 und 45 Jahre alt, nachmittags Beschäftigte häufig unter 25 oder über 45. Falls sich durch das Arbeitszeitwahlrecht bei der Belegung einzelner Schichten Schwierigkeiten ergeben, würde man unpopuläre Schichten wie auch bisher schon durch finanziellen Anreiz populär machen. Bei Spät- oder Frühschichten wäre dies ohnehin unumgänglich. Dieses Schichtensystem hätte zur Folge, dass Menschen gleicher sozialer Interessen sich nicht nur in der Freizeit, sondern auch in ihrem Beruf begegnen könnten. Arbeitnehmer mit Familie würden sich vormittagstreffen, alleinstehende und ältere Menschen hätten, soweit es sich nicht um Büroangestellte handelt, durch die Nachmittagsschicht Gelegenheit, die Bekanntschaft anderer einsamer zu machen, ohne dass die Kontaktsuche für sie peinlich wäre. Dass aus den Vormittags- und Nachmittagsschichten ein Zweiklassensystem entstehen könnte, ist nicht zu befürchten. Wer vormittags zur Arbeit geht, könnte in den Augen seiner Nachbarn prinzipiell alles sein. Beinahe alle Berufe würden auch vormittags ausgeübt werden. Wer nachmittags arbeitet, könnte alles sein außer Büroangestellter oder Kindergärtner, denn alle anderen Betriebe würden auch am Nachmittag arbeiten. Weder das Prestige einer Bürokraft noch das eines Kindergärtners ist jedoch so enorm, dass es als Makel gelten könnte, mit Sicherheit nicht nach diesen beiden Berufsständen anzugehören. Selbstverständlich dürfte es nach Einführung des Fünf-Stunden-Modells nur noch weiterführende Schulen geben und selbstverständlich müsste der Besuch dieser Schulen immer unentgeltlich sein. Ohne ein Schulsystem, bei dem alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben, kann es niemals auch nur ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit geben. Doch ebenso wenig, wie man einen wissbegierigen Schüler dazu zwingen darf, seine Schulbildung vorzeitig abzubrechen, wie dies heute geschieht, dürfte man dann einen weniger wissbegierigen dazu zwingen, sie zu beenden. Das heißt, es müsste innerhalb der einheitlichen Bildungschancen individuelle Schulabschlussgrenzen geben. Der Schüler müsste seine Schule auf Wunsch auch schon mit 15 oder 16 Jahren verlassen können, um eine Spezialausbildung zu beginnen oder einen Beruf auszuüben. Natürlich müssten mit dieser Schulreform auch die vielerorts noch immer üblichen Hausaufgaben entfallen. Wenn Erwachsene nur 5 Stunden arbeiten, dürfte man auch von Kindern keine Überstunden verlangen. Die prompte Erledigung von Hausaufgaben ist ohnehin eher ein Indiz für das Engagement der Eltern als für das der Schüler. Da auch der Bildungsgrad der Eltern sehr unterschiedlich ist, akzentuieren Hausaufgaben lediglich die sozialen Unterschiede unter den Schülern. Dass diese durch Hausaufgaben nichts dazulernen, ist experimentell hinlänglich nachgewiesen. Hausaufgaben fördern auch nicht die Selbstdisziplin. Ein Schüler macht Hausaufgaben, weil er sich vor seinen Lehrern oder seinen Eltern fürchtet. Gerade Selbstdisziplin kann er wegen dieses Zwangs nicht lernen. Zur Übung selbstständigen Arbeitens könnte ein Teil der Schulstunden verwendet werden. Nach Ende des Unterrichts müsste ein Schüler jedoch genauso frei sein wie seine Eltern. Damit soll nichts gegen Lernzwang und Benotung gesagt sein. Da vermutlich mit einem Appell an den guten Willen nur bei wenigen Schülern etwas zu erreichen wäre und da nur wenige Lehrer geniale Pädagogen sind, wird Lernzwang ein Bestandteil jedes Schulunterricht sein müssen. Der Sinn der Schule besteht ja nicht darin, eine wissbegierige Elite heranzuzüchten, sondern möglichst vielen Menschen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel beizubringen. Dies ist weniger eine soziale Idee als eine Frage des Überlebens. Wie man weiß, steht sowohl der Lebensstandard als auch das demokratische Verhalten der Bewohner eines Landes in direkter Beziehung zu deren Bildungsstand. Die Bildung der Massen liegt also aus ganz eigennützigen Gründen im Interesse jedes Einzelnen. Hierzu ist es jedoch nicht notwendig, Kinder den ganzen Tag in Schulen zu stecken. Eine drastische Kürzung der Anzahl der Unterrichtsstunden muss keineswegs zu einem niedrigeren Bildungsniveau und zu einer Herabsetzung der beruflichen Leistung führen. Obwohl beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland das westliche Industrieland mit den wenigsten Unterrichtsstunden ist, zählt sie zu den führenden Wirtschaftsmächten. Das Bildungsniveau westdeutscher Abiturienten genießt im Ausland einen beinahe legendären Ruf. Der Fehler bei den herkömmlichen Schulsystemen auch bei dem Westdeutschen liegt darin, dass man den Lernzwang auch auf die Freiheit ausdehnt und dass davon auch Fächer betroffen werden, für die man sich normalerweise Interesse keine wirtschaftlichen und sozialen Folgen hätte. Indem die Schule das Unlustgefühl, das man etwa mit einer Mathematikaufgabe oder einem Schulaufsatz verbindet, durch ein unerbitterliches Benutungssystem auch auf Fächer wie Zeichnen, Handarbeit, Sport oder Musik überträgt, verdirbt sie einem die Freude an diesen Dingen häufig für alle Zeit. Menschen, die nicht gern malen, werken, singen oder Sport treiben, gibt es eigentlich kaum. Sie werden in den Schulen erst gezüchtet. In den Schulunterricht gehören daher prinzipiell nur solche Fächer, die man im späteren Leben braucht, jedoch ohne Zwang nur unvollkommen oder gar nicht lernen würde. Das heißt, Schreiben, Lesen, Rechnen, Fremdsprachen, Grundkenntnisse in Biologie, Erdkunde, Sozialkunde, Geschichte, Physik, Chemie, Politologie und so weiter. Was man sowieso können möchte oder sowieso nicht können muss, sollte nicht mehr vormittags zwangsweise, sondern nachmittags freiwillig erlernt werden. In Frage kämen dabei Fächer wie Sport, Werken, Handarbeit, Kochen, Zeichnen, Fotografieren, Musik, Tanz, Schauspielerei und so weiter. Der Unterricht in diesen Fächern würde ebenfalls im Schulgebäude stattfinden. Es gäbe jedoch weder Noten noch Leistungszwang oder Anwesenheitspflicht. Es wäre wie in einem Club, den man beitreten und verlassen könnte, wie es einem passt. Die wichtigste Funktion dieses Schulclubs wäre jedoch, Kindern, die zu Hause nicht recht glücklich sind, etwa weil sie in zu beengten Wohnverhältnissen leben müssen, keine Geschwister haben oder sich von ihren Eltern schlecht behandelt fühlen, während ihrer Freizeit eine Zuflucht zu bieten. Da Schulclubs kaum mehr Kosten verursachen würden, die Räume sind bereits vorhanden und stünden andernfalls leer, die Pädagogen sind größtenteils engagiert und müssten lediglich außerhalb des regulären Schulbetriebs unterrichten, gäbe es auch keine unüberwindbaren finanziellen Schwierigkeiten. Selbstverständlich müssten Schulclubs ebenso wie Kindergärten auch und gerade während der Schulferien den Betrieb aufrechterhalten. Doch auch das wäre keine finanzielle Belastung, denn die Gehälter der Schulclub-Pädagogen müssten ja ohnehin weiterbezahlt werden. Logischerweise hätten diese dann nicht die enorm langen Ferien anderer Lehrkräfte, doch da ihre Arbeitsweise angenehmer wäre, wären sie dafür indirekt entschädigt. Während der Schulferien müssten Schulclubs allerdings vormittags statt nachmittags geöffnet sein, damit Kinder während der Arbeitszeit ihrer Eltern nicht allein sein müssten. An Universitäten könnte man wie bereits erwähnt durch Doppelschichten und eine drastische Verkürzung der Semesterferien die Ausbildung von Wissenschaftlern erheblich verbilligen. Es gibt keinen Grund, weshalb Studenten, Dozenten und Professoren fünfmal so lange Ferien haben sollten wie Industriearbeiter. Diese Privilegien kommen aus einem nicht mehr zeitgemäßen Standesdenken und belasten auf ungebührliche Weise den Staatshaushalt. Durch eine Kürzung der Hochschulferien von durchschnittlich 20 auf vier Wochen könnte man die heutigen Studienzeiten trotz des Fünf-Stunden-Rhythmus ohne weiteres einhalten. Durch eine doppelte Nutzung der vorhandenen räumlichen Kapazitäten und der teuren Laborplätze könnte man die Zahl der Studenten ohne weiteres verdoppeln. Universitätsprofessoren und Dozenten, die wissenschaftlich arbeiten wollen, könnten bei ihren vorgesetzten Behörden nach wie vor um Sonderbeurlaubung oder Reduktion der Pflichtstundenanzahl einkommen. Man verdient die Hälfte und lebt trotzdem besser. Arbeit ist eine Leistung, für die man sich bezahlen lässt. Unbezahlte Leistungen erbringt man unter Zwang aus Masochismus, aus Geltungsbedürfnis, aus Dummheit, aus persönlicher Zuneigung oder aus Vergnügungssucht. In der Regel wird jeder Mensch, der etwas macht, was andere brauchen können, auch dafür honoriert und in der Regel gibt es niemand, etwas Brauchbares umsonst machen würde. Auch Hausfrauen beziehen Gehälter, nur werden sie eher unbürokratisch von ihren Ehemännern ausgehändigt. Welchen Manipulationen sie ihre Überbezahlung verdanken, wurde bereits an anderer Stelle beschrieben. Die Tatsache, dass man Geld braucht und dass man normalerweise nur für Geld arbeitet, ermöglicht der Gesellschaft über Löhne und Gehälter eine weitgehende Kontrolle der Lebensbedingungen des Individuums. Sie beeinflusst damit seine Sicherheit, seinen Komfort und seine Freiheit. Doch da die Gesellschaft ja aus lauter Individuen besteht, ist dies in demokratisch regierten Ländern ungefährlich. Wenn die Mehrheit von einer bestimmten Maßnahme unangenehm betroffen wäre, wird sie diese von vornherein nicht akzeptieren. Die Allgemeinheit kann daher durch allgemeine Maßnahmen, durch Gesetze die soziale Situation der Individuen verbessern, verschlechtern, kann sie sie nicht. Eine der Möglichkeiten für soziale Verbesserung bietet die Unterschiedlichkeit von Löhnen und Gehältern. Denn im Allgemeinen wird man Quantität und Qualität seiner Arbeitsleistung nur dann steigern, wenn eine Lohnerhöhung winkt und sich nur dann der Mühe eines längeren Studiums unterziehen, wenn man dadurch von Anfang an eine bessere Gehaltsstufe bekommt. Lobreden und sonstige Auszeichnungen sind als Anreiz für dauerhafte Leistungssteigerungen ohne Wirkung. Da Leute, die sich umsonst anstrengen, von den meisten anderen für dumm gehalten werden, können immaterielle Belohnungen dem Ansehen eines Arbeitnehmers im Grunde nur schaden. Zu wirtschaftlichem Fortschritt kommt es in einem Land nur dann, wenn jeder Einzelne sich bei seiner Arbeit maximal engagiert. Ein solches persönliches Engagement erreicht man aber nur durch persönliche Vergünstigung. Man müsste also, selbst wenn alle Arbeiten gleich wären, im Interesse aller gleiche Arbeit ungleich bezahlen. Doch Arbeiten sind nicht gleich und sie erfordern außerdem unterschiedlich viel Wissen. Die Allgemeinheit hat demnach ein doppeltes Interesse an ungleicher Bezahlung. Nur wenn man schwierige, gefährliche, strapaziöse, langweilige oder abstoßende Arbeiten besser honoriert als andere, steht immer eine ausreichende Zahl von Dienstleistungen zur Verfügung und nur, wenn man Herstellern und Vertretern von Markenartikeln als Belohnung für ihre Bemühungen mehr zugesteht als eine platonische Freude an der Umsatzsteigerung, ist das Angebot von Gebrauchs- und Luxusgütern stets etwas größer als die Nachfrage. Außerdem kann man nur durch ungerechte Bezahlung Bürgern ein gewisses Maß an Freiheit garantieren. Da angenehme Arbeiten selten sind und sich bei Einheitslöhnen natürlich alle auf die Angenehmen stürzen würden, müsste in diesem Fall die Mehrheit von einer Minderheit dazu gezwungen werden, die ebenfalls notwendigen unangenehmen Pflichten zu übernehmen. Abgesehen vom Verlust an dynamischer Wirtschaftspotenz, den dies zur Folge hätte, würde es de facto die Abschaffung der Meinungsfreiheit bedeuten. Denn wenn man die Mehrheit zwingt, etwas zu machen, was sie nicht will, dann muss man früher oder später auch verhindern, dass sie dagegen agitieren kann. Mit anderen Worten, ungleiche Bezahlung ist ungerecht, denn Menschen sind verschieden begabt und haben für ihr Leben unterschiedlich günstige Ausgangspositionen, doch gleiche Bezahlung wäre es noch mehr. Denn da bei ungleiche Bezahlung die Wirtschaft besser funktioniert, kann man auf dieser Grundlage nach und nach jedem wenigstens zu etwas mehr Zeit, Freiheit und Wohlstand verhelfen. Bei gleicher Bezahlung hätte man weder ein Recht auf die eigene Zeit noch auf die eigene Meinung und Geld hätte man zwar genauso viel wie alle anderen, aber eben doch weniger als so. Wenn sozial ist, was den weniger privilegierten Bevölkerungsschichten nutzt, dann ist es sozial, Arbeitnehmer unterschiedlich zu bezahlen. Doch kehren wir zurück zur Arbeitszeitkürzung. Eine solche Reform müsste natürlich durch ein entsprechendes Gesetz abgesichert werden. Nur Leistungen, die innerhalb der fünfstündigen Arbeitszeit erbracht werden, dürften von Arbeitgebern honoriert werden. Da man aber ohne Lohn nicht arbeitet, würde man sich an diese Regelung halten und wäre für den Rest des Tages frei. Neue Gesetze werden jedoch, wie gesagt, in Demokratien nur dann akzeptiert, wenn sie der Mehrheit der Bevölkerung einen Vorteil garantieren. Eine Abkürzung der Arbeitszeit brächte aber nicht nur den Vorteil, dass die Freizeit für fast jeden doppelt so lang ist, sondern sie hätte auch den Nachteil, dass die Gehälter fast auf die Hälfte gekürzt werden. Wenn also zum Beispiel jemand in 8 Stunden 80 Dollar verdient, könnte er nach einer Arbeitszeitkürzung auf 5 Stunden nur noch 50 Dollar verdienen. Andernfalls wäre die Sache wirtschaftlich nicht tragbar. Und hier liegt die größte Schwierigkeit der Reform. Ohne entsprechende Vorbereitung wären Arbeitnehmer mit einer Kürzung ihres Einkommens nicht einverstanden. Sie würden hier die vorgeschlagene Herabsetzung der Arbeitszeit mit Kurzarbeit verwechseln, einer in Krisenzeiten von einzelnen Unternehmen praktizierten Maßnahme zur Lohneinsparung und das Projekt zurückweisen. Der erste Schritt zu einer gesetzlichen Neuregelung wäre daher eine Aufklärungskampagne auf breitester Ebene. Berufstätige müssten begreifen, dass sie durch die Reform zwar mehr Zeit, aber trotz der notwendigen Gehaltskürzung nicht weniger Geld hätten. Denn in der jetzigen Situation darf man seinen Lohn ja nicht behalten. Im Allgemeinen finanziert man damit nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der sogenannten abhängigen Personen. Nach der Reform wäre jeder in der Lage, sich finanziell selbst zu versorgen. Keiner müsste sein Geld länger mit Hausfrauen, Kindern und anderen Bedürftigen teilen, denn solche Bedürftigen gäbe es nicht mehr. Erst wenn dies allen klar wäre, könnte man sich an die Formulierung eines Gesetzes wagen. Das moralische Prinzip der hier vorgeschlagenen Lohnreform wäre folgendes. Menschliche Gemeinschaften werden zum Schutz gegen eine feindliche Umwelt errichtet und funktionieren auf der Grundlage von Arbeitsteilung. Wer freiwillig in der Gesellschaft anderer lebt, hat daher nicht nur einen Anspruch auf Schutz durch sie, sondern auch die Pflicht, sie seinerseits zu beschützen. Er ist vom gesellschaftlichen Standpunkt nicht nur Rechtsträger, sondern auch Arbeitskraft. Wer nur von seinen Rechten gebraucht macht, den Pflichten jedoch auszuweichen sucht, lebt auf Kosten anderer und ist für eine Gemeinschaft ein Parasit. Wie bereits gesagt, wird dieses Parasitentum in westlichen Gesellschaften am erfolgreichsten von Frauen und am spektakulärsten von Kriminellen praktiziert. Beide drücken sich vor ihren Verpflichtungen und bürden sie dadurch indirekt anderen auf. Durch die Reform könnte man weibliches Parasitentum weitgehend unmöglich machen und da Arbeit, sobald Frauen so viel arbeiten würden wie Männer, viel von ihrem Schrecken verlieren würde, weil das Pensum und die Verantwortung des Einzelnen ja erheblich geringer wären, gäbe es als Folge weiblicher Gleichverpflichtung auch weniger Kriminalität. Denn in der heutigen Situation bleibt für einen Mann, der auf Frauen nicht verzichten will, Verbrechen oft die einzige Möglichkeit, dem deprimierenden Schicksal seines Geschlechts zu entgehen und nur deshalb sind Straffällige in westlichen Industrieländern auch zu 80% männlich. Nach Humanisierung der Arbeitszeit und nach Aufhebung der Preisbindung für die Benutzung der weiblichen Vagina wäre manchem das Risiko einer kriminellen Handlung zu groß. Im Augenblick ist es ziemlich gleichgültig, ob ein Mann eine Familie gründet oder ob er sich ohne diesen Umweg hinter seine Mauern begibt. Nach der Reform wäre aber draußen ein Stück Freiheit und die Gesellschaft von Frauen wäre einerseits preiswerter und andererseits interessanter als jetzt. Lernen wird Honorarpflichtig Die Reform müsste also davon ausgehen, dass wir alle gleich berechtigt und gleich verpflichtet sind, doch sie müsste auch berücksichtigen, dass wir nicht alle gleich sind. Der eine braucht Hilfe, der andere kann sich selber helfen, der eine kann seinen Verpflichtungen nachkommen, der andere tut sich damit schwer. Vom gesellschaftlichen Standpunkt sind wir wohl alle Arbeitskräfte, doch vom biologischen sind wir es nicht, denn wir können aufgrund unserer körperlichen Verfassung vorübergehend oder ständig arbeitsunfähig sein. Wer zu jung, zu alt oder zu krank ist, wer sich auf einen Beruf vorbereitet, wer ein Kind zur Welt bringt oder einen Säugling zu versorgen hat, der kann nicht arbeiten. Er ist eine potenzielle Arbeitskraft, da er seine Gemeinschaft mit seiner Leistung zu einem späteren Zeitpunkt nützen wird oder ihr früher einmal genutzt hat, ist er genau wie die aktiven Arbeitskräfte zum Empfang eines regelmäßigen Einkommens berechtigt. Alte Menschen, Kranke, Frauen vor und nach der Entbindung beziehen in fortschrittlichen Ländern bereits Gehälter. Damit die hier vorgeschlagene Reform wirklich praktikabel wird, müsste jedoch außerdem das Gehalt für Menschen in Berufsausbildung und das Gehalt für Säuglingspfleger eingeführt werden. Das Schülergehalt wäre all denen zuzugestehen, die sich auf einen Beruf vorbereiten. Dazu gehören auch Kinder, denn dass sie sich von Geburt an in einem ständigen Lernprozess auf ihre späteren Aufgaben in der Gesellschaft einstellen, nützt schließlich nicht nur ihnen selbst, sondern auch den anderen. Aus diesem Grund zwingen wir sie ja auch zur Ausbildung. Es herrscht Schulpflicht. Es wäre daher nur gerecht, sie für ihre Bemühungen zu honorieren. Wie sehr wir von einer solchen Maßnahme alle profitieren würden, wird in einem anderen Teil dieses Buches beschrieben werden. Im Gegensatz zu anderen Gehältern müsste das Schülergehalt ein Einheitsgehalt sein. Nicht der Leistungsgedanke wäre hier ausschlaggebend, sondern das Prinzip der Chancengleichheit, das Begabungsreserven mobilisieren und dadurch spätere Maximalleistungen erst ermöglichen würde. Das Gehalt wäre daher für alle Schüler eines bestimmten Alters gleich. Es würde mit der Geburt fällig werden und so lange gezahlt werden, bis man einen Beruf ergreift. Für diese Zeit müssten dadurch alle Mindestbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Wohnraum gedeckt werden können. Schulbesuch und Studium wären, wie bereits erwähnt, ohnehin kostenlos. Das Schülergehalt würde sich an den allgemeinen Lebenserhaltungskosten orientieren. Auszuzahlen wäre es zu einer bestimmten Altersgrenze an die Eltern, von deren Einkommen es jedoch unabhängig wäre. Die Gerechtigkeit wäre dabei durch die Steuergesetzgebung garantiert und später an den Schüler selbst. Dass wegen des Schülergehalts zu viele Menschen zu lange studieren, würden es nicht zu befürchten, da der Betrag lediglich die Mindestbedürfnisse decken würde, wäre jemand, der mit 15 oder 16 eine Lehre begonnen hat, mit 20 auf jeden Fall finanziell besser gestellt als ein Student. Heutzutage studieren viele nicht aus Wissensdurst, sondern weil sie ein Universitätsstudium für ein Statussymbol halten oder weil sie sich die Mühen einer regulären Arbeitnehmer-Existenz wenigstens für ein paar Jahre ersparen wollen. Wenn wirklich jeder in der Lage wäre, zu studieren, wenn die Arbeitszeit nur noch fünf Stunden betragen würde und wenn Studenten nicht mehr viermal so lange Ferien hätten wie andere Menschen ihres Alters, hätten wir eine völlig neue Situation. Natürlich müssten sich auch Erwachsene, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind, vorübergehend auf das Schüler- bzw. Studentengehalt zurückversetzen lassen können und Gelegenheit erhalten, einen Beruf zu erlernen, der ihnen mehr zusagt. Es liegt im allgemeinen Interesse, dass sich jeder an seinem Arbeitsplatz einigermaßen wohl fühlt, denn davon hängt zum großen Teil seine Leistung ab. Ebenfalls im allgemeinen Interesse liegt es, dass ein Arbeitskräftemangel in einer bestimmten Sparte möglichst rasch ausgeglichen wird, denn nur so steht uns immer eine ausreichende Zahl von Konsumgütern und Dienstleistungen zur Verfügung. Falls sich für einen bestimmten Mangelberuf zu wenig Anwärter anböten, würde man das betreffende Studium durch finanzielle Anreize attraktiver machen und so indirekt die Umschulung fördern. Das Säuglingspflegergehalt ist gedacht für jene, die ein Kind unter einem Jahr betreuen. Nach Auffassung von Fachleuten ist das Maß an Zuwendung, das einem Menschen während seines ersten Lebensjahres zuteil wird, ausschlaggebend für seine ganze spätere Entwicklung. Da es also im allgemeinen Interesse liegt, Kleinstkinder optimal zu betreuen, denn abgesehen von der ethischen Perspektive sind geistig zurückgebliebene Menschen ja auch eine allgemeine finanzielle Belastung, ist es empfehlenswert, jedem Kind unter einem Jahr eine eigene Pflegeperson zur Verfügung zu stellen. Der Weg dazu wäre die vom Staat finanzierte Lohnfortzahlung für Betreuer von Kleinstkindern für die Dauer eines ganzen Jahres. Dabei wäre es nebensächlich, in welchem Verhältnis der Betreuer zu dem Kind steht. Es könnte die Mutter sein, der Vater, ein Verwandter oder auch ein von den Eltern erwählter Fremder. Denn falls weder Mutter noch Vater Lust zeigen, bei dem Neugeborenen zu bleiben, wäre es im Interesse des Kindes wenig sinnvoll, sie dazu zu verpflichten. Wer die Pflege seines Kindes als Belästigung empfindet, ist für diese Aufgabe mit Sicherheit nicht geeignet. Selbstverständlich hätten kranke Kinder auch nach dem ersten Lebensjahr ein Recht auf einen eigenen Pfleger. Die Betreuung durch Mutter oder Vater würde nicht nur die Genesungschancen erhöhen, sie wäre auch billiger als ein Krankenhaus oder Heimaufenthalt. Um einen Missbrauch vorzubeugen, müsste die Erkrankung allerdings von einem Vertrauensarzt bestätigt werden. Auch dürften die finanziellen Lasten nicht dem Arbeitgeber, sondern müssten dem Staat aufgebürdet werden. Normal entwickelten, gesunden Kindern aber könnte man nach Vollendung des ersten Lebensjahres ohne weiteres einen fünfstündigen Kindergartenaufenthalt zumuten. Der regelmäßige Kontakt mit Gleichaltrigen wäre von da an sogar unbedingt notwendig. Das Pflegegehalt entspreche jeweils dem letzten Monatsgehalt des Betreuers. Denn falls es niedriger wäre oder wie beim Schülergehalt ein Fixum, würde in einer Familie immer derjenige zu Hause bleiben, bei dem die Kürzung den geringsten finanziellen Verlust brächte. Da die Frauen sich zunächst nach allgemeinen Wettbewerbsbedingungen in die Berufswelt einfügen müssten, hätten sie während einer gewissen Übergangszeit im Durchschnitt meist kleinere Gehälter als ihre Partner, die aufgrund ihrer langjährigen Berufstätigkeit und nicht zuletzt aufgrund der Kriterien, nach denen sie von ihren Frauen zur Heirat ausgewählt wurden, natürlich in höheren Gehaltsstufen wären. Dies würde bedeuten, dass nach wie vor Frauen das Privileg hätten, bei ihren Kindern zu bleiben und dass zumindest für das erste Lebensjahr das weibliche Erziehungsmonopol weiterhin intakt bliebe. Und es würde auch bedeuten, dass Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn um so viele Jahre zurückgeworfen wären, wie sie Kinder bekämen und dass das Gejammer von der Diskriminierung niemals aufhören würde. Dass in der Praxis aus ganz anderen Gründen, auf die wir später noch eingehen werden, wahrscheinlich trotzdem meist die Mütter und nicht die Väter bei ihren Kindern blieben, braucht uns bei der Formulierung einer allgemeinen Regelung nicht zu interessieren. Es handelt sich hier darum, Männer und Frauen unter Berücksichtigung der jeweiligen biologischen Gegebenheiten endlich gleiche Möglichkeiten einzuräumen. Was sie denn auf dieser neuen Grundlage miteinander machen, wer von ihnen kochen, chauffieren, Windeln wechseln oder Rasen mähen würde, wäre im juristischen Sinn eine private Vereinbarung, die die Öffentlichkeit nichts angeht. Natürlich gäbe es in Familien, in denen keiner der beiden Elternteile nach der Geburt eines Kindes mit der Berufstätigkeit aussetzen möchte und auch kein Fremder als Betreuer engagiert werden soll, noch die Möglichkeit einer Turnusverschiebung. So könnte immer ein Elternteil bei dem Säugling sein, Vater und Mutter müssten nur in verschiedenen Schichten arbeiten. Mitleid wird billiger. Wie dem auch sei, die Sozialausgaben würden steigen. Denn zusätzlich zu Alters-, Kranken- und Schwangerenrenten wäre der Staatshaushalt nun auch noch mit Schüler- und Säuglingspflegerenten belastet. Doch auch das wäre kein unlösbares Problem, denn diese Gelder könnten zum einen durch Einsparungen aufgebracht werden, die sich aus der Reform selbst ergeben und zum anderen durch eine allgemeine Erhöhung der Sozialabgaben. Zu Einsparungen käme es auf folgenden Gebieten. Erstens in der Frauenfürsorge. Die Ausbildung des weiblichen Teils der Bevölkerung ist in der jetzigen Situation vom wirtschaftlichen Standpunkt für jeden Staat eine gigantische Fehlinvestition. Denn einerseits sind Männer und Frauen zwar gleich und haben auch den gleichen moralischen Anspruch auf eine optimale Berufsausbildung, doch andererseits sind sie auch verschieden. Da Frauen Kinder bekommen, kann man nicht von ihnen verlangen, dass sie eine auf Kosten der Allgemeinheit genossene Berufsausbildung später so anwenden, dass sie für diese Allgemeinheit rentabel wäre. Eine Rückzahlung der vergeblich investierten Ausbildungsgelder liegt außerhalb des Möglichen. Die Belastung treffe ja einen Mann, der ohnehin bereits seine nicht erwerbstätige Partnerin und Kinder zu versorgen hat. Wenn man bedenkt, wie viele Frauen in westlichen Industrieländern eine Berufsausbildung erhalten und wie wenige von ihnen diese später voll auswerten, kann man sich ungefähr vorstellen, welche Summen der Allgemeinheit jedes Jahr durch die Chancengleichheit entgehen. Selbstverständlich soll hier nicht die moralische Berechtigung dieser Chancengleichheit zur Debatte stehen und die politische schon gar nicht. Eine Regierung, die Frauen nicht subventioniert, könnte nicht überleben. Zur Debatte steht lediglich, wie man den Riesenetat für Frauenfürsorge, wenn man jemand etwas gibt, von dem man eigentlich nichts erwarten darf, handelt es sich immer um Fürsorge, endlich in eine sinnvolle Investition umwandeln könnte. Nach der hier vorgeschlagenen Reform wäre die Berufsausbildung der Frauen genauso rentabel wie die der Männer, weil die Frauen genauso arbeiten würden wie die Männer. Frauen würden weder in Stunden Jobs dahin vegetieren, noch hätten sie Gelegenheit in oft jahrzehntelangen Ruhepausen ihre kostspielig erworbenen Kenntnisse wieder zu vergessen. Vor allem in akademischen Berufen, in denen Chancengleichheit besonders viel kostet, jeder dritte Student in westlichen Industrieländern ist weiblich, ein Studienplatz an öffentlichen Universitäten verschlingt in Frankreich und Westdeutschland die Steuergelder von fünf Familien, würde sich dies bezahlt machen. Eine weitere indirekte Einnahmequelle ergäbe sich aus der Einsparung der Umschulungsgehälter für geschiedene Frauen, eine immer populärer werdende Form staatlicher Alimentezahlung bis zur nächsten Eheschließung und der Einsparung der Witwenrenten. Nach der Reform wäre Witwe wieder die Bezeichnung für einen Menschen, der trauert und nicht für eine bestimmte Art von Gehaltsempfängern. Zweitens in der Altenfürsorge. Bei einer täglichen Arbeitszeit von fünf Stunden wäre Arbeit meist keine so große Strapaze, die heutigen Pensionsgrenzen wären damit überholt. Selbstverständlich wäre es deshalb nicht opportun, sie abzuschaffen, denn es soll ja alles besser werden und nicht schlechter. Das Recht auf Pensionierung bliebe bestehen, nicht aber die Verpflichtung, sich in einem Alter zur Ruhe zu setzen, in dem sich die meisten Menschen normalerweise noch jung und leistungsfähig fühlen. Pensionierung wäre als eine Art Krankmeldung zu verstehen, wobei der Patient ab 60 oder 65 seine Erkrankung nicht mehr nachweisen müsste. Dass er zu seiner Arbeit keine Lust mehr hat, würde als Rechtfertigung genügen. Falls er es wünschte, könnte er jedoch bis an sein Lebensende berufstätig bleiben. Dass ihm dies schmackhaft gemacht würde, wäre eine wichtige Aufgabe der Allgemeinheit. Denn erstens ist die lange Berufserfahrung reifer Menschen ein Kapital, auf das man nicht verzichten sollte und zweitens würde man, indem man Bürger so lange wie möglich als Arbeitskräfte erhält, immense Geldbeträge sparen. Zum einen bei den Altersrenten und zum anderen indirekt bei der Altenfürsorge. Denn in Maßen aktive Menschen bleiben nachweislich länger gesund. Diese neue Situation würde indirekt auch das Budget des Arbeitnehmers vergrößern. Er würde von seinem Verdienst weniger für private Versicherungen zurücklegen müssen als bisher. Heutzutage sind einerseits die staatlichen Altersrenten zu niedrig, um ein wirklich komfortables Alter zu garantieren. Andererseits sind die Arbeitszeiten zu inhuman, als dass man sich wünschen könnte, nach der Erreichung der Pensionsgrenze weiter zu arbeiten. Der Arbeitnehmer sichert sich daher durch zusätzliche private Arbeitsrenten ab. Da seine Familie nach seinem Tod versorgt wäre, würde er natürlich auch seltener private Lebensversicherungen abschließen. Je nach Stand der Sozialleistungen seines Staates bezahlt ein männlicher Arbeitnehmer in westlichen Industrieländern heute im Monat durchschnittlich 50 bis 100 Dollar für private Versicherungen aller Art. Zumindest ein Teil dieser Summe stünde ihm nach der Reform zusätzlich zur Verfügung. Drittens in der Krankenfürsorge. Bei einer Arbeitszeit von fünf Stunden würden Arbeitnehmer seltener krank werden. Der mit ihrer Tätigkeit verbundene Stress wäre viel geringer und sich auch seltener krank stellen. Im Augenblick ist eine vorgetäuschte Erkrankung für einen Berufstätigen die einzige Möglichkeit, sich außer der Reihe ein paar Stunden Freiheit zu verschaffen. Nach der Reform wäre dieses Motiv hinfällig. Der Posten für Krankenfürsorge wäre damit erheblich kleiner als bisher. Viertens in der Kinderfürsorge. Nach der Reform bräuchte man zwar mehr Kindergärten, denn Kinder würden ja bereits nach Vollendung des ersten Lebensjahres den Kindergarten besuchen, doch diese müssten nur noch auf einen fünf Stunden Betrieb eingestellt sein und wären daher entsprechend billiger. Die kostspieligen Ganztagsschul- und Ganztagskinderhortprojekte, die in einigen Ländern nur diskutiert, in anderen bereits verwirklicht werden, wären damit hinfällig. Der Bedarf an staatlichen Kinderheimen würde enorm zurückgehen, denn allein stehende Mütter und Väter müssten ihre Kinder weder aus finanzieller Not noch aus Zeitmangel in Heime geben. Dort wären in der Regel nur noch Vollweisen und Milieu gefährdete Kinder. Da von ihren Eltern ausreichend behütete Kinder nachweislich seltener kriminell werden als andere, würde auch die Jugendkriminalität zurückgehen. Hieraus ergeben sich dann wiederum Einsparungen im Strafvollzug und in der Resozialisierung. Steuervergünstigungen für verheiratete Paare würden mit der Reform ebenfalls überflüssig. Die staatliche Subventionierung der Ehe wäre zum Schutz der Kinder nicht mehr notwendig, denn durch das Schülergehalt wären Kinder und Schüler in materieller Hinsicht immerhin reichend gesichert. Liebe wäre endlich das einzige Motiv für Eheschließung und Mangel an Liebe das einzige für Scheidung. Dies wäre auch die beste Garantie für das emotionale Wohlbefinden der Kinder. Höhere Sozialabgaben zunächst unvermeidlich. Da alle diese Einsparungen jedoch nicht zu einer Deckung der hohen Sozialleistungen zumindest während der ersten Jahrzehnte nach der Umstellung ausreichen würden, müsste man das Defizit durch Steuererhöhungen ausgleichen. Das heißt, man müsste Gehälter nicht nur proportional zur Arbeitszeitkürzung reduzieren, sondern sie darüber hinaus auch noch mit höheren Sozialabgaben belasten. Wenn also jemand von der Reform bei acht Stunden Arbeitszeit 80 Dollar verdient hat, würde er danach bei fünf Stunden Arbeitszeit nicht 50, sondern 45 oder gar nur 40 Dollar beziehen. Selbstverständlich könnte man nicht alle Gehälter so drastisch verkürzen, denn auch wenn man damit nur noch sich selbst ernähren müsste, lägen viele Arbeitnehmer so bereits unterhalb des Existenzminimums. Es müssten also Mindestlöhne festgesetzt werden, deren Höhe etwa dem Vollstipendium eines Studenten entspreche. Die Progression der Gehälter bliebe nach wie vor dem freien Spiel der Kräfte überlassen, denn es läge im allgemeinen Interesse, Gehälter nach unten hin festzusetzen. Armut führt zu sozialen Unruhen und schadet daher allen, doch nach oben hin dürften sie ebenfalls im allgemeinen Interesse niemals begrenzt werden. Die Maximalleistung der Cleveren ist lebenswichtig für das Wohlergehen der weniger Raffinierten. Wer dem Elan der Spitzenverdiener bremst, handelt unsozial, so sehr er moralisch auch im Recht sein mag. Der Unterschied zur heutigen Situation lege also vor allem darin, dass nach der Reform jeder nur noch etwas mehr als die Hälfte seines heutigen Nettogehalts mit nach Hause brächte. Ein Ingenieur zum Beispiel, der jetzt mit einem Jahresgehalt von 20.000 Dollar in eine Firma eintritt und dieses Gehalt nach 10 Jahren auf 40.000 Dollar steigert, würde dann mit 10.000 anfangen und nach 10 Jahren auf 20.000 kommen. Doch das wäre für ihn nicht schmerzlich, denn falls er inzwischen geheiratet hätte und laut Statistik wäre dies beinahe immer der Fall, würde ja auch seine Frau verdienen und seine Kinder wären ohnehin durch ihr eigenes Einkommen gesichert. Der Lebensstandard der Familie wäre also vorausgesetzt, die Ehefrau läge mit ihrem Gehalt etwa in der gleichen Gruppe sogar etwas höher. Im Gegensatz zu heute könnte dieser Ingenieur jedoch nicht mehr bis an die Grenze seiner physischen und psychischen Belastbarkeit von seiner Firma ausgebeutet werden, während seine Frau jammernd oder gelangweilt in ihrem Vorort Bungalow säße. Und im Gegensatz zu heute gäbe es nach der Reform weder zwischen Mann und Frau noch zwischen Kindern und Eltern materielle Abhängigkeitsverhältnisse. Eine Trennung würde für keines der Familienmitglieder den finanziellen Ruin bedeuten. Nach einer Wiederverheiratung wäre der Mann weder mit Alimenten für die Erstfamilie belastet, noch müsste ihn seine Frau mit Zahlungsforderungen verfolgen. Die Kinder könnten bei dem Elternteil bleiben, bei dem sie sich am wohlsten fühlten. Zeit für sie hätten beide. Ähnlich günstig sähe es auf der untersten Stufe der sozialen Leiter aus. Denn die finanzielle Situation eines Hilfsarbeiters wäre zwar nicht so glänzend wie die eines Ingenieurs, doch auch er würde ein Leben führen, von dem er jetzt nicht einmal träumen kann. Er hätte dann doppelt so viel Zeit und sein Beruf wäre keine Folge von Diskriminierung, sondern seine eigene Entscheidung. Und es gibt eine Menge respektabler Gründe, aus denen man sich für einen Fünf-Stunden-Job ohne Verantwortung entscheiden kann. Und angenommen, er bezöge nur das gesetzlich garantierte Mindestgehalt und würde so bescheiden wie heute ein staatlich subventionierter Student in einem möblierten Zimmer leben, so könnte er doch noch immer eine Familie gründen. Denn seine Frau hätte im schlimmsten Fall ja auch ein Mindestgehalt zur Verfügung. Man könnte sich also anstatt zweier möblierter Zimmer gemeinsam ein Einzimmer-Apartment leisten. Mit der Geburt des ersten Kindes, das vom ersten Tag an Gehaltsberechtigt wäre, würde sich das Familienbudget wiederum vergrößern. Man könnte sich bereits eine bescheidene Zweizimmerwohnung leisten und für den Mindestbedarf an Essen und Kleidung wäre ebenfalls gesorgt. Trotzdem könnte dieses Familienleben weder für den Hilfsarbeiter noch für seine Frau jemals zu einer Zwangsjacke werden. Bei einer Trennung ließe sich das Verhältnis ohne weiteres entwirren, was heute für einen Armen, der sich bei der Wahl seines Lebenspartners geirrt hat, in den Bereich der Utopie gehört. Eine neue Liebe und die Gründung einer Zweitfamilie wäre dann auch für ihn realisierbar. Und für seine Kinder, die jetzt nach einer solchen Tragödie meist in Heimen oder bei den Großeltern landen, hätte die Trennung der Eltern nur noch emotionale Bedeutung. Jeder für sich und alle für jeden, hieße der gemeinsame Nenner der wirtschaftlichen Seite der Reform. Man dürfte so egoistisch sein, wie man wollte und könnte doch niemand schaden. Es müssen in einem Staat ohnehin alle Bürger versorgt werden, weshalb, da es doch so offensichtlich möglich ist, es dann nicht gleich so einrichten, dass daraus keine persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse entstehen können. Es ist schwer genug, glückliche Beziehungen zu anderen Menschen über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Wenn dazu noch materielle Interessen kommen, wie das heute in beinahe jedem Verhältnis zwischen Mann und Frau oder Eltern und Kind der Fall ist, wird es unmöglich. Zumindest diese eine Schwierigkeit wäre durch eine neue Lohnpolitik ein für allemal aus der Welt geschafft. Das Modell in wirtschaftlichen Ausnahmesituationen. Der Einfachheit halber wurde bisher bei allen Überlegungen der Zustand der Vollbeschäftigung vorausgesetzt. Dieses Ideal wird jedoch in der Praxis nicht oft erreicht. Die Wirtschaft eines Landes ist niemals ganz im Gleichgewicht. Es gibt Rezession und Hochkonjunktur und die Folgen davon sind Arbeitslosigkeit oder Überbeschäftigung. Damit das Fünf-Stunden-Modell sich auch in solchen Situationen bewähren kann, müsste es durch zweierlei Maßnahmen gestützt werden. A. Abschaffung des Rechts auf gleichwertige Arbeit zugunsten des Rechts auf Umschulung. B. Verbot von Überstunden. Auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt bestimmt die Nachfrage das Angebot. Der Einzelne offeriert eine Leistung und die anderen entscheiden, ob sie damit etwas anfangen können. Falls sie sie nicht brauchen, stellt er sich um und bietet ihnen etwas anderes an. Ausschlaggebend ist immer der Bedarf. Was den anderen nichts nützt, müssen sie auch nicht bezahlen. In diesen unerbittlichen, aber zuverlässigen Mechanismus hat sich nun in einigen westlichen Industrieländern ein unberechenbarer Faktor eingeschlichen, das Recht auf zumutbare oder gleichwertige Arbeit. Der Arbeitnehmer hat sich auf seine politische Macht besonnen und sich den Anspruch auf sein spezielles Leistungsangebot der Allgemeinheit gegenüber schützen lassen. Es kommt nicht mehr in erster Linie darauf an, was gefragt ist, sondern darauf, was geboten wird. Jeder hat jetzt Recht auf seine Arbeit. Etwas prinzipiell anderes zu machen als das, was er gelernt hat, eine bedeutend weitere Entfernung zum Arbeitsplatz oder eine geringere Bezahlung in Kauf zu nehmen, ist ihm nicht zuzumuten. Ein stellungsloser Architekt kann also nicht gezwungen werden, als Lastwagenfahrer zu arbeiten, selbst wenn alle Transportunternehmen seines Landes sich wegen Arbeitskräftemangels in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden oder zu diesem Zweck ausländische Arbeitskräfte angefordert werden müssen. Wenn er will, kann er ein ganzes Jahr lang bei nur mäßig reduziertem Einkommen auf eine freie Stelle warten. Hat er auch dann noch nichts gefunden, erhält er Sozialhilfe. Es wurde also in den Mechanismus von Angebot und Nachfrage ein dirigistisches Element eingeführt, denn in der Praxis bedeutet die Klausel von der Zumutbarkeit einer Tätigkeit nichts anderes als Zwangsbewirtschaftung des Arbeitsmarktes durch den Arbeitnehmer. Bei Hochkonjunktur ist das unwichtig, denn es gibt ohnehin Arbeitskräftemangel in allen Branchen und niemand hat Schwierigkeiten, in seinem Beruf eine Anstellung zu finden. Doch sobald die Konjunktur abflaut, hat das Quantum Unfreiheit, mit dem man die freie Marktwirtschaft in den fetten Jahren unterwandert hat, für alle dramatische Folgen. Denn wenn es nun in einer bestimmten Branche, etwa wegen Automatisierung des Produktionsvorganges, Verteuerung der Rohstoffe oder ausländischer Konkurrenz zu Entlassungen kommt, besinnen sich die Betroffenen auf ihren Anspruch auf gleichwertige Arbeit und machen, statt sich sofort nach einer anderen Beschäftigung umzusehen, zunächst einmal Urlaub. Das wäre nicht tragisch, denn es handelt sich ja schlimmstenfalls um einige tausend Menschen, deren Arbeitslosengehälter von einer gesunden Wirtschaft ohne weiteres verkraftet werden. Doch da die politische Opposition diese Arbeitslosen sofort als erster Opfer einer drohenden Wirtschaftskrise serviert, das ist ihre Chance und zugleich ihre Pflicht, wird die Bevölkerung beunruhigt. Vom Gespenst einer Massenarbeitslosigkeit geschreckt, schraubt jeder seinen privaten Verbrauch zurück und spart für schlechte Zeiten. Dieser Konsumverzicht führt zum Rückgang der Konsumgüterproduktion, die in westlichen Industrieländern immerhin 52 bis 56 Prozent der Gesamtproduktion ausmacht. Und wenn eine nationale Flaute zwangsläufig auch auf die Handelspartner übergreift, von denen man ja nur weniger kauft, auch zum Rückgang des Exportes. Statt in einer hat man nun in allen Branchen Schwierigkeiten und statt tausender Arbeitsloser gibt es nun hunderttausende. Und obwohl die Zahl der offenen Stellen sich kaum verringert, wird die finanzielle Belastung durch jene, die zunächst einmal auf zumutbare Tätigkeiten warten und die unzumutbaren nach wie vor den Ausländern überlassen, von Tag zu Tag größer und das konsumfeindliche Verhalten der noch zumutbar Beschäftigten immer ausgeprägter. Außerdem wird die Zahl der Arbeitslosen noch dadurch erhöht, dass sich in Krisenzeiten viele Hausfrauen ihrer früheren Berufstätigkeit entsinnen und sich pro forma auf Arbeitssuche begeben. Sie erhalten dann die finanzielle Unterstützung der Arbeitslosen, während die Gefahr, dass sie in ihrem früheren Job wirklich Arbeit finden, relativ gering ist. Dieses opportunistische Verhalten der Frauen erhöht wiederum die Panik der anderen, die ja nichts über die Motive der Arbeitslosen erfahren, da lediglich die offiziellen Zahlen mitgeteilt werden. Um die Gefahr zu verringern, dass ein solcher Teufelskreis überhaupt entstehen kann, müsste man daher bei einer Einführung des 5-Stunden-Modells das Recht auf gleichwertige Arbeit streichen. Es ist klar, dass in der jetzigen Situation Arbeitnehmer auf diese Schutzklausel den allergrößten Wert legen müssen, denn solange Arbeit und Leben für einen Berufstätigen dasselbe sind, ist das Recht auf seine Arbeit für ihn die einzige Möglichkeit, sein Leben zu vermenschlichen. Er akzeptiert zwar die Tatsache, dass er die meiste Zeit an seinem Arbeitsplatz verbringen muss, will sich aber wenigstens ungefähr aussuchen können, was er dort tut und dank seiner Macht als Wähler konnte er sich diesen Anspruch auch verbriefen lassen. Durch das 5-Stunden-Modell nähme das Berufsleben eines Menschen nur noch einen kleinen Teil seines Lebens ein und der Schutz einer bestimmten Tätigkeit wäre daheim nicht mehr so wichtig wie bisher. Man hätte zwar nach wie vor das Recht auf freie Berufswahl, nicht jedoch das Recht auf Ausübung dieses frei gewählten Berufs. Dieses ginge auf Kosten der wirtschaftlichen Stabilität und damit letzten Endes auf Kosten aller. Solange durch individuellen Anspruch auf die eigene Arbeit Wirtschaftskrisen heraufbeschworen oder auch nur verschlimmert werden können, kann sich die Allgemeinheit den Luxus solcher Schutzklauseln nicht leisten. Die meisten notwendigen Arbeiten sind nun einmal nicht so, dass sie einem Vergnügen machen. Gerade aus diesem Grund müsste ja jeder genug Zeit für etwas anderes haben. Unter den heutigen Umständen wäre es fatal, einen Architekten als Lastwagenfahrer zu verpflichten, denn man würde ihm damit auf unabsehbare Zeit jede Möglichkeit zur Verwirklichung seines Lebenstraumes nehmen. Bei einem Arbeitspensum von 5 Stunden hingegen bliebe ihm nach Feierabend noch genug Zeit, sich neuartige Konstruktionen auszudenken. Selbst wenn er in seinem Traumberuf niemals eine Anstellung fände, bliebe sein Lebenstraum nicht ganz unerfüllt. Jeder Bürger wäre in gewisser Hinsicht ein kleiner Unternehmer mit einem kleinen unternehmerischen Risiko, dem Risiko der Berufswahl. Natürlich müsste eine gut funktionierende Arbeitsmarktforschung dafür sorgen, dass man sich einigermaßen über die Zukunftsaussichten des gewählten Berufs im Klaren sein kann. Ergreift man jedoch trotz aller Warnungen einen bestimmten Beruf, so ist man für die Folgen schlechte Bezahlung wegen eines Überangebots an Arbeitskräften, geringes Sozialprestige, zeitraubende Umschulung selbst verantwortlich. Ein Akademikerproletariat wäre als Opfer seiner eigenen Prestigesucht zu betrachten und alles andere als subventionswürdig. Ohne die Klausel von der Zumutbarkeit einer Arbeit könnte man also Wirtschaftsflauten entschieden besser bekämpfen als bisher. Wenn man Arbeitslosen auch Tätigkeiten zumuten dürfte, die ihren Wünschen nicht entsprechen, ließe sich bei den ersten Anzeichen einer Krise durch Ausnutzung aller Mittel, Besetzung der offenen Stellen, Schaffung neuer Arbeitsplätze durch öffentliche Projekte, Drosselung des Imports ausländischer Arbeitskräfte bei der Bevölkerung jene durch Arbeitslosigkeit ausgelöste Panik vermeiden, die, da sie sofort zu Konsumeinschränkungen führt, von vielen Wirtschaftsexperten immer wieder als die eigentliche Ursache von Konjunkturflauten bezeichnet wird. Vor allem das Problem der Entlassungen wegen Automatisierung des Produktionsvorganges ließe sich im 5-Stunden-Modell auf elegante Weise lösen. Da man solche Entwicklungen gut vorausberechnen kann, würde man hier nach Abschaffung der Schutzklausel durch rechtzeitige Umschulung der maschinell ersetzbaren Arbeitskräfte ernste Schwierigkeiten vermeiden. Anders als bei freiwilliger Umschulung, mit der man ja nur eine früher getroffene falsche Berufsentscheidung revidieren will, für die man selbst verantwortlich ist, müsste hier das Umschulungsgehalt nicht dem Schülergehalt entsprechen, sondern dem letzten Gehalt des jeweiligen Arbeitnehmers. Andernfalls würden in Branchen, in denen Entlassungen zu befürchten sind, Arbeitnehmer immer ihren Konsum einschränken, was wiederum die bereits erläuterten wirtschaftlichen Nachteile zur Folge hätte. Falls dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dennoch alle freien Kapazitäten ausgeschöpft und alle offenen Stellen belegt wären, könnte man durch weitere allgemeine Arbeitszeitverkürzungen wieder neue Arbeitsplätze schaffen und so parallel zum technischen Fortschritt allen Bürgern mehr Freizeit verschaffen. Dies wäre der einzig humane, sozial gerechte und wirtschaftlich sinnvolle Ausweg aus dem Dilemma der Automation. Eine Verteidigung des Arbeitsplatzes gegen Maschinen, wie sie die Gewerkschaften vorschlagen, ist absurd. Nur wirklich monotone Arbeiten können ja maschinell erledigt werden. Man sollte daher froh sein über jeden Arbeitsplatz, der der Automation zum Opfer fällt. Die Herabsetzung der Arbeitszeit dürfte dann jedoch nicht mit Gehaltskürzungen verbunden sein. Die Arbeit der Maschinen sollte nicht in erster Linie dem Unternehmen, sondern dem Arbeitnehmer zugutekommen. Eine allgemeine Herabsetzung des Rentenalters, wie man sie zur Behebung der Arbeitslosigkeit diskutiert, würde nicht nur die sozialen Schwierigkeiten der älteren Menschen, sondern da die Renten ja nicht sehr hoch sein könnten, auch das Problem des alten Proletariats vergrößern. Die Gewöhnung an extrem hohe Arbeitslosenquoten, die mancherorts als Lösung angeboten wird, hätte ewige Angst um den Arbeitsplatz und damit andauernde wirtschaftliche und soziale Unruhen zufolge. Wenn es dann aber dennoch einmal zur Arbeitslosigkeit käme, hätte das 5-Stunden-Modell noch immer einen Vorteil. Da mehr Leute berufstätig wären, gäbe es dann zwar auch relativ mehr Arbeitslose, doch die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Familie alle Erwachsenen gleichzeitig ihre Stellung verlören, wäre gering. In der Regel wären ja Mann und Frau weder in der gleichen Firma noch in der gleichen Branche beschäftigt. Da heutzutage meist nur der Mann verdient, muss bei Arbeitslosigkeit oft eine ganze Familie von einem reduzierten Einkommen leben. Nach der Reform hätte sicherlich einer in der Familie nach wie vor sein volles Gehalt und die Kinder wären durch ihre Schülerrente ohnehin gegen Krisen gesichert. Es geht also nicht darum, den Kündigungsschutz zu verstärken, sondern den Schutz des Gekündigten. Es geht nicht darum, das Recht auf Arbeit zu fördern, sondern das Recht auf Freizeit, auf materielle Sicherheit und auf Umschulung. Denn dieses Recht auf Arbeit geht wohl auf Kosten der Unternehmer, doch zuallererst geht es auf Kosten derer, die es schützen soll. Keine Überstunden Eine weitere Maßnahme, die bei der Einführung des 5-Stunden-Modells nicht übersehen werden dürfte, wäre ein striktes Überstundenverbot. Dies wäre vor allem dann notwendig, wenn es darum ginge, negative Folgen einer Hochkonjunktur zu vermeiden. Zu Hochkonjunktur kommt es durch Überschuss an Produktionsaufträgen. Ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind Überbeschäftigung und Arbeitskräftemangel. In dieser Lage gerieten viele Arbeitnehmer in die Versuchung, Überstunden zu machen und vielleicht sogar doppelt oder dreimal so lange zu arbeiten, als sie müssen. Denn Arbeitszeiten von 10 oder 15 Stunden sind immer noch möglich und man würde dadurch ja auch zwei- oder dreimal so viel verdienen. Damit wäre man nicht nur wieder bei der Ausgangssituation, sondern man hätte sie noch verschlechtert. Denn natürlich wären es wieder die Männer, die vom Applaus ihrer Frauen angefeuert ihre Leistung steigern würden. Der Mann mit dem größten Verdienst bekäme in der Regel wieder die attraktivste Partnerin und statt die weibliche Moral endlich verbessert zu haben, wären Frauen womöglich noch korrupter als heute. Es dürfte also nach der Reform keine Möglichkeit für Überstunden geben. Es sei denn, es handelte sich wirklich um ganz kurzfristige Engpässe und echte Ausnahmesituationen, deren Grenzen jedoch vom Gesetzgeber genau abgesteckt werden müssten. Zur Bewältigung größerer momentaner Auftragsschwemmen müssten Unternehmen Sondervollmachten bekommen. Bei anhaltendem Auftragszuwachs müssten jedoch stets neue Arbeitskräfte herangezogen und in ein festes Arbeitsverhältnis aufgenommen werden, was jedoch wegen des geringeren Kündigungsschutzes für Unternehmer dann nicht mehr so riskant wäre. Von den beiden sich anbietenden Lösungen, den Überschuss durch Einsatz ausländischer Arbeitskräfte im eigenen Land zu bewältigen oder die Produktion in Länder mit Arbeitslosigkeit zu verlegen, wäre die Letztere nicht nur humaner, weil sie Menschen in ihrem Milieu belässt, sondern auch wirtschaftlich opportuner. Bei Arbeitskräftemangel steigen in einem Land immer die Löhne. Dies verteuert die Produkte und gefährdet die internationale Konkurrenzfähigkeit, womit die Gefahr gegeben ist, dass eine Hochkonjunktur ihre eigene Flaute nach sich zieht. Wenn man hingegen im Ausland und womöglich gleich auf dem Absatzmarkt produziert, kann man nicht nur diese Lohnpreisentwicklung abschwächen, sondern ist darüber hinaus bei späteren Wirtschaftskrisen auch unabhängiger vom Export. Außerdem schafft die Erledigung unzumutbarer Arbeiten durch Ausländer internationale Ressentiments, deren politische Folgen schwer zu berechnen sind. Eine wirtschaftliche Ausnahmesituation besonderer Art wäre die mit der Reform verbundene Eingliederung der heutigen Hausfrau in die Berufswelt. Wir werden uns damit im vorletzten Teil dieses Buches befassen.